Hi Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von WTF von Respawnables. Es gibt ja im Moment, ich bin echt scheiße mit der Sniper, im Moment diese, ah Mist, halt das neue, man ich hab den ganzen Begrüßung verkackt. Also herzlich Willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play von Respawnables, vom dritten Let's Play von Respawnables und ja. Und ich spiele gerade das neue Event, wenn ihr wollt, kann ich auch Multiplayer normal spielen, schreibt einfach in die Kommentare und ja. Oh du Scheiße, ist ja ein Cesar, Alter, warum kriege ich den nicht? Hilfe, Hilfe, oh mein Gott, oh mein Gott, Snackpredator, Gott. Hedgehot, Hedgehot, what the? Ich bin so schlecht mit der Sniper, sorry Leute, aber ich weiß nie, was macht mir los, jetzt bin ich richtig scheiße mit der Sniper, ich muss einfach Punkte einsammeln, um sie zu einem, werde ich Erste werden und ja. This would, this flash bitte, you are my bro, oh. Bam, bam, Alter. Nee, das war Punktejagd, es war was anderes. Mann, ja, da respawnt der kleine Penner nochmal. Man will natürlich, okay. Ab jetzt einmal. Ey Digga, das, why are you so mad, bro? Ich hab den nicht bekommen. Ja, wenn ihr vielleicht meinen Hund hört im Hintergrund, dann, ja, Alter, der Platz läuft bei mir doch. An sich einfach, ich bin so schlecht, Alter. Klasse. Komm her, komm her, komm her. Wie ihr seht, habe ich auch vom letzten Teil, komm. Puff, was? Oh, thanks. You're welcome. What? Ich bin tot. Wetten. Heilung, aber ich, das bringt mir eh nichts mehr. Komm, zweite, ich bin zweite. Ich bin zweite, kacke, Alter. Nein, was wollt ihr alle von mir? Mann, ey, ey. War ein bisschen kacke, aber ich bin jetzt auch nicht so der Pro mit der Sniper, obwohl ich bin eigentlich richtig scheiße mit der Sniper, deswegen nicht wundern. Wir müssen versuchen in der Folge, was halt Events hatten in der Aufgabe. Und ich hab in der letzten Folge, wo ich das letzte Mal gespielt hab, hab ich aber nicht aufgenommen. Ich weiß nicht, wie das ging, aber ich hab da einfach mal zwei Aufgaben in einem Match gemacht, halt. Ihr wisst ja, von diesem Sommerteil gab's zwei Verlängerungen. Oder ich glaub nur eine. Und bei der, bei zwei, bei, genau beim letzten Tag hab ich angefangen. Und dann kam ich bis zum, naja, ihr seht ja schon bis sowas, zu meinem, halt zu diesem, weil ich bin grad irgendwie voll aus der Rolle. Halt, dann kam ich zu diesem Brustpanzer, zu diesem Brustteil, wie ihr seht, ist blau. Die ist bloß wegen Gesundheit, die ist wieder Teil Rocket Crush. Mich tützt du heute nicht. Der, der hat mich nicht, der kriegt mich nicht. Ich bin zu gut für ihn. Nein! Ich krieg auch hier gar, gar keine gute Sicht. Buh! Wirst du mich verarschen? Hey, Digga! Ja, läuft bei mir. Jetzt müsst ihr nach oben campen gehen. Obwohl, es ist doch nicht schlauer, einfach die Punkte einzusammeln. Headshot! Boom, Headshot! Wird er nix, den Headshot kassieren. Nummer zwei. Mann! Nummer drei. Wer hat die Probleme mit mir? Nummer drei. Nummer vier. So laufen schon langsam die Kills. So langsam läuft bei mir. Perfekt, 100 Zielgenauigkeit. Der Pro hat die 100er Prezi erreicht. Und ich ran mal lieber schnell hoch und ich bin schon tot. Ich wollte die Münzen einsammeln lassen. Geilen Bonus, wo wir spawnen, ich. Perfekt. Sammeln ich dann schnell mal die Münzen hier ein, dich herumlieg dich. Die sind solche assoziale Penner, Alter. Dich geh dich, Headshot, Headshot. Nein, kein Headshot. Wie? Hä, ich seh nix. Ich seh nix. Jetzt aber. Headshot. Boom. Bei mir läuft gerade mit den Punkten. Gerade letzte Runde, alles verkackt. Nächste Runde, bam, Headshot. Bei mir läuft, Digga. Läuft bei mir. Das war gerade der größte Bug, den ich je gesehen hab. Lasst mich in Ruhe. Ich kämp' dich weg von hier oben. Yo. Ich bin ja voll der Pro. Moment. Was ist das Junge? Was ist das Junge? Der läuft hoch rückwärts. Komm ich von hinten einmal. Hab den schon gebumst. Kein Spaß. Da ist der Nächste. Super. Nein, bitte kill mich nicht. Ja. Perfekt. Wo sind die? Hä? Oh nein, Alter. Da ist der. Was geht wieder? Oder wie doch? YOLO. Totsprung. Ich müsste ein 360 packen. Egal. Auf jeden Fall. Eine Runde haben wir schon geschafft. Und vielleicht hört ihr im Hintergrund meine Eltern. Moment mal. Mein Dingens. Wir müssen jetzt ferngehen. Wegen ich wollte nochmal dasselbe, bevor ich ferngehen, nochmal aufnehmen. Ja. Grad spielt Leverkusen, glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube auf CDF oder ARD. Auf jeden Fall. Und ich hab 5 Gold. Yes, Baby. Ich glaube, ich hol mir dann einen Cash Booster. Wegen EP bin ich ja maximal 11,50 schon. Und ja. Hol ich mir schnell ein Paket. Wo ist das Booster hier? Und. Perfekt. Ja. Wie ihr seht, haben wir schon ein bisschen gemacht. Ihr seht, bei der 2. Stufe. Was gibt es eigentlich jetzt? Okay. Ich weiß nicht, was ich machen will. Obwohl die Waffe ist eigentlich voll scheiße. Aber das würde ich auf jeden Fall die Naka-Kampfose bekommen. Dann würde ich sagen, wir sind eine Aufgabe gepackt. Dann würde ich sagen, was ist an dieser Stelle vom Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.